Variablen sind ziemlich praktisch und erlauben uns unser Programm besser zu steuern. So können wir neben einem Punktestand auch zum Beispiel einen Countdown einbauen. Damit könnte man zum Beispiel Spiele programmieren, indem man in einer bestimmten Zeit möglichst viele Punkte erreichen muss. Schauen wir uns das an einem einfachen Beispiel an. Wenn die Zeit in unserem Programm abgelaufen ist, soll ein Game-Over-Bildschirm angezeigt werden. Zuerst müssen wir wieder eine Variable definieren. Diese benennen wir Countdown. Den Startwert setzen wir auf 30. Immer wenn nun eine Sekunde vergeht, soll die Variable um 1 reduziert werden. Wir holen uns somit den Wiederhole-Fortlaufend-Baustein und in die Schleife setzen wir den Warte-Eine-Sekunde-Baustein. Wenn nun eine Sekunde gewartet wurde, soll sich die Variable ändern. Als nächsten Baustein wählen wir somit den Ändere-Variable-Baustein. Als Wert, der geändert werden muss, wählen wir hier minus 1. Nun muss die Variable noch am Bildschirm angezeigt werden. Dazu platzieren wir den Zeige-Variable-Baustein. Wenn wir unser Programm testen, sehen wir einen Countdown, der von 30 startet und jede Sekunde 1 hinunter zählt. Wenn er allerdings 0 erreicht, läuft er einfach weiter. Wir wollen nun, dass bei 0 das Programm aufhört und Game-Over angezeigt wird. Hier brauchen wir wieder eine sogenannte Wenn-Anweisung. Wenn der Countdown 0 ist, dann zeige Game-Over. Am besten eignet sich hier der Baustein Warte-Bis wahr ist. Aus Übersichtsgründen platzieren wir diesen Baustein bei einem neuen Wenn-Programm-Gestartet-Block. Wir tippen auf den Wert, um die Bedingung zu ändern. Im Formeleditor gehen wir auf Daten, um unsere Variable auszuwählen. Unter Logik holen wir uns eine Ist-Gleich. Nun tippen wir noch 0 ein und fertig ist unsere Bedingung. Das Programm wartet nun so lange, bis unsere Countdown-Variable 0 ist, bis diese Bedingung also wahr ist. Dann soll etwas passieren. In unserem Fall wird eine Nachricht mit dem Titel Game-Over verschickt. Nun müssen wir noch ein Game-Over-Objekt erstellen und hier entsprechende Bausteine hinzufügen. Wenn das Programm startet, soll sich das Objekt verbergen und erst wenn es die Nachricht Game-Over empfängt, soll es sich zeigen. Probieren wir das Programm wieder aus. Perfekt, wenn die Zeit nun vorbei ist, wird Game-Over angezeigt. Natürlich können wir noch die anderen Objekte verbergen, wenn Game-Over angezeigt wird. Hier brauchen wir wieder die passenden Bausteine. Neben einem Punktestand haben wir jetzt gesehen, dass wir auch einen Countdown einbauen können. Überlege dir andere Situationen, wo Variablen sinnvoll sein können. Probiere die nächste Aufgabe zu lösen. Vielen Dank.